Das hat aber gedauert. Naja, den steilen Weg hier rauf. Da braucht man schon die nötige Erfahrung. Um ehrlich zu sein, stand ich lange im Stau. Und so steil war es auch nicht. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich habe nachgemessen und unten beträgt an einer Stelle die Steigung 50%. Deswegen habe ich dort extra ein Schild aufgestellt. Das Schild habe ich gesehen und an dieser Stelle genau nachgemessen. Vom Schild habe ich einen 1 Meter großen Schritt gemacht und war danach 20 cm bzw. 0,2 Meter höher. 0,2 geteilt durch 1 ergibt 0,2 bzw. 20%. Also beträgt die Steigung an dem Schild 20%. Nein, da hast du nicht genau genug nachgemessen. Da unten kommt mein Enkel, der die Pizza gerochen hat. Fragen wir ihn. Also ich habe an dem Schild einen 50 cm großen Schritt gemacht und war anschließend 15 cm höher. 15 geteilt durch 50 ergibt 0,3 bzw. 30%. Demnach betrüge die Steigung an dem Schild 30%. Ihr habt aber beide nicht recht. Fragen wir meinen Dackel, Waldi, der da kommt. Waldi sagt, dass er am Schild einen 10 cm großen Sprung gemacht hat und anschließend 4 cm höher war. 4 geteilt durch 10 ergibt 0,4 bzw. 40%. 40% Steigung ist schon näher an der Realität als das erste Ergebnis. Aber immer noch nicht gut genug. Fragen wir die Maus, die da kommt. Die Maus hat eine Schrittweite von einem Zentimeter und war anschließend 4,5 mm höher. Das entspricht einer Steigung von 45%. Aber das ist immer noch nicht genau genug. Was ist denn mit Konrad, dieser unternehmenslustigen Ameise aus der Pizzeria, die dort gerade kommt? Also Leute, ich habe eine Schrittweite von einem Millimeter und dabei 0,49 mm Höhe gewonnen. Das entspricht einer Steigung von 49%. Naja, so langsam wird es ja was. Was sagt die Bakterie, die sich aus der Pizzeria geschlichen hat? Die Bakterie sagt, sie hat eine Schrittweite von einem Mikrometer und dabei einen Höhengewinn von 0,499 Mikrometer. Das ist eine Steigung von 49,9%. Seht ihr? Je kleiner die Schrittweite wird, umso besser wird das Ergebnis. Und meine Schrittweite war halt verschwindend klein und deshalb ist mein Ergebnis das Beste. So ganz unrecht hat der Weise von Berg damit nicht. Um die Steigung eines Fußweges an genau einem Punkt zu bestimmen, muss man die horizontale Schrittweite gegen 0 gehen lassen. Alles andere wäre nur eine gemittelte Steigung. Dieses gegen 0 gehen lassen wollen wir uns ein bisschen näher ansehen. Dazu betrachten wir eine Skizze des Fußweges. Die Stelle, um die es geht, ist hier mit x gekennzeichnet. Von dieser Stelle x machen wir einen Schritt der Länge h und befinden uns dann hier. Diese Stelle bezeichnen wir als x plus h. Als nächstes interessiert uns der Höhengewinn während dieses Schritts, also diese vertikale Strecke v. Die mittlere Steigung während dieses Schrittes ist v durch h und ist genauso groß wie die Steigung von der gestrichelt eingezeichneten Linie. In der folgenden Tabelle sind die unterschiedlichen Schrittweiten h, die dazugehörigen Höhengewinne v sowie die dazugehörigen mittleren Steigungen v durch h unserer Protagonisten angegeben. Wie bestimmen wir eigentlich den Höhengewinnen v? Dazu betrachten wir die Höhe des Fußweges an der Stelle x plus h und ziehen die Höhe des Fußweges an der Stelle x ab. Es gilt also, v ist gleich Fußwegshöhe von x plus h minus Fußwegshöhe von x. Die Steigung ist also Fußwegshöhe von x plus h minus Fußwegshöhe von x durch h. Aber Vorsicht, das ist nur die mittlere Steigung. Um die Steigung genau in den Punkt x zu bestimmen, müssen wir uns den Grenzfall ansehen, dass h gegen 0 geht. Das Wort Grenzfall können wir durch das lateinische Wort für Grenze, Limes, ersetzen. Das klingt mehr nach einem gezielten Fachausdruck. Doch wie genau berechnet sich solch ein Limes? Im Falle des Fußweges ist das etwas kompliziert, denn dazu müssten wir die Position jedes einzelnen Sandkorns genau kennen. Und selbst das ist noch viel zu ungenau. Man denke an die Bakterie. Etwas einfacher wird es, wenn wir idealisierend annehmen, dass der Verlauf des Fußweges durch eine Funktion f von r nach r gegeben ist. Das heißt, die Fußwegshöhe an der Stelle x ist durch f von x gegeben. Statt der Steigung von f spricht man auch von der Ableitung von f an der Stelle x und schreibt f' von x. Wie sich diese Ableitung bestimmen lässt, wollen wir jetzt anhand einiger Beispiele nachvollziehen. Beispiel 1. In diesem Beispiel bildet f von r nach r ab, wobei x auf 1 abbildet. Diese Funktion sieht zum Beispiel so aus. Bestimmen wir die Ableitung von f an der Stelle 5. f' von 5 ist gleich Limes von h gegen 0 von f von 5 plus h minus f von 5 durch h ist gleich Limes h gegen 0 von 1 minus 1 durch h, da x auf 1 abbildet. Ist gleich Limes h gegen 0 von 0 durch h ist gleich Limes h gegen 0 von 0, was wiederum 0 ergibt. Analog dazu ergibt sich f' von 6 ist gleich 0, f' von 87 ist gleich 0 bzw. jedes x-element der rellen Zahlen f' von x ist gleich 0. Ein Blick auf den Graphen von f bestätigt unsere Rechnung. Die Steigung von f ist überall gleich 0. Beispiel 2. f von r nach r, wobei x nach x abbildet. Dieser Graph sieht zum Beispiel so aus. Bestimmen wir nun die Ableitung von f an der Stelle 5. f' von 5 ist gleich Limes h gegen 0 von f von 5 plus h minus f von 5 durch h ist gleich Limes h gegen 0 von 5 plus h minus 5 durch h ist gleich Limes h gegen 0 von h durch h, das sich 5 wegkürzt, ist gleich Limes h gegen 0 von 1, ist gleich 1. Analog dazu ergibt sich f' von 6 ist gleich 1, f' von 87 ist gleich 1 bzw. für jedes x-element der rellen Zahlen f' von x ist gleich 1. Auch hier bestätigt ein Blick auf den Graphen unserer Rechnung. Beispiel 3. Hier bildet f von r nach r ab, wobei x nun auf x² abbildet. Diese Funktion sieht zum Beispiel so aus. Bestimmen wir wieder die Ableitung von f an der Stelle 5. f' von 5 ist gleich Limes h gegen 0 von f von 5 plus h minus f von 5 durch h. Dies ergibt Limes h gegen 0 von 5 plus h² minus 5² durch h. Ergibt ausmultipliziert mit der binomischen Formel Limes h gegen 0 von 25 plus 10h plus h² minus 25 durch h. Durch Zusammenfassen und Herausheben bzw. Kürzen erhalten wir Limes h gegen 0 von 10 plus h ist gleich 10. Als nächstes bestimmen wir die Ableitung von f an einer beliebigen Stelle x-element der reellen Zahlen. f' von x ist gleich Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x durch h ist gleich Limes h gegen 0 von x² minus x² durch h. Ist gleich Limes h gegen 0 von x² plus 2xh plus h² minus x² durch h. Und zusammengefasst bzw. gekürzt erhalten wir hier Limes h gegen 0 von 2x plus h ist gleich 2x. Für den Spezialfall x gleich 5 erhalten wir das gleiche Ergebnis wie zuvor. Beispiel 4. Auch hier bildet f von r nach r und x nach minus Betrag von x ab. Diese Funktion sieht zum Beispiel so aus. Der Betrag von x wird definiert als minus x, falls x kleiner 0, 0, falls x gleich 0 und x, falls x größer 0. Beachte, dass in diesem Fall Betrag von x gleich minus x größer 0 ist. Denn minus mal minus ergibt plus. In der Praxis bedeutet dies, dass negative Zahlen positiv werden und positive Zahlen positiv bleiben. Bestimmen wir nun die Ableitung von f an der Stelle 0. f' von 0 gleich Limes h gegen 0 von f von 0 plus h minus f von 0 durch h. Eingesetzt ergibt dies Limes h gegen 0 von minus Betrag von 0 plus h minus minus Betrag von 0 durch h. Ist gleich Limes h gegen 0 von minus Betrag von h durch h. Aber was ist jetzt dieser Limes? Falls h größer 0 ist, bedeutet es minus Betrag von h durch h gleich minus h durch h gleich minus 1. Demnach müsste die Ableitung von f an der Stelle 0 gleich minus 1 sein. Aber es ist nirgends gesagt, dass h größer 0 gelten muss. h kann natürlich auch negativ sein. In diesem Fall gilt dann minus Betrag von h durch h gleich minus Klammer auf minus h Klammer zu durch h. ist gleich h durch h ist gleich 1. Demnach müsste die Ableitung von f an der Stelle 0 gleich plus 1 sein. Was ist jetzt richtig? Plus 1 oder minus 1 oder etwas dazwischen? Vielleicht 0? Warum nicht Pi durch 17? Anscheinend lässt sich diese Frage nicht sinnvoll beantworten. Wir wollen das Problem noch einmal an einem Beispiel veranschaulichen. Dazu betrachten wir den Weißen von Berg, wie er auf Skiern durch die Landschaft rast. An dieser Stelle beträgt die Steigung 100% bzw. minus 100%, weil es bergab geht. Wenn wir die Landschaft wieder als Funktion interpretieren, entspricht das einer Ableitung von minus 1. An dieser Stelle hingegen beträgt die Steigung plus 100%. Das entspricht einer Ableitung von plus 1. Und was ist an dieser Stelle genau auf dem Gipfel? Wie groß ist die Steigung hier? Beträgt die Steigung hier plus 100% oder minus 100% oder 0% oder irgendeinen anderen Wert zwischen plus 100% und minus 100%? Offensichtlich lässt sich auch diese Frage nicht sinnvoll beantworten. Übertragen auf Funktionen bedeutet hier, es gibt Funktionen von R nach R, für die sich an gewissen Stellen nicht sinnvoll eine Ableitung definieren lässt. Das ist immer dann der Fall, wenn die Funktion einen Sprung macht. Oder mathematisch präziser gesagt, wenn sie unstetig ist. Wie man am obigen Beispiel sieht, kann das aber auch passieren, wenn die Funktion stetig ist, also salopp gesprochen keine Sprünge macht. Es gibt sogar stetige Funktionen, die an keiner einzigen Stelle differenzierbar sind. Eine solche Funktion ist nicht einfach zu konstruieren und lange ging die mathematische Community davon aus, dass eine solche Funktion nicht existiert. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann bei Wikipedia nach der Weyer-Straß-Funktion suchen. Wir begnügen uns hier jedoch an dieser Stelle mit der wichtigen Erkenntnis, dass die Ableitung einer Funktion an einem Punkt nicht existieren muss und benötigen deshalb die folgende Definition. Eine Funktion f von r nach r heißt in x Element von r differenzierbar, d.h. ableitbar, falls der Grenzwert Limes h gegen 0 von f von x plus h minus f von x durch h existiert. In diesem Fall bezeichnen wir den obigen Grenzwert mit f' von x und nennen dies die Ableitung von f an der Stelle x. Ist f in jeder Stelle x Element von r differenzierbar, so sagen wir einfach f ist differenzierbar. Als nächstes wollen wir einige wichtige Ableitungsregeln aufzählen, die bereits aus der Schule bekannt sein dürften. Regel 1. Linearität bezüglich skalarer Multiplikation bzw. Ableitung eines Vielfachen. Ist f von r nach r differenzierbar und a Element von r eine reelle Zahl, so gilt klammer auf a mal f klammer zu strich, ist gleich a mal f strich. Regel 2. Linearität bezüglich Addition bzw. Ableitung einer Summe. Sind f1 von r nach r und f2 von r nach r differenzierbare Funktionen, so gilt in klammer f1 plus f2 strich gleich f1 strich plus f2 strich bzw. f1 minus f2 in klammer strich ist gleich f1 strich minus f2 strich. Regel 3. Die Kettenregel. Sind f von r nach r und g von r nach r differenzierbare Funktionen und ist die Funktion h von r nach r durch h von x gleich f von g von x gegeben, so gilt für alle x-elementarellen Zahlen h strich von x ist gleich f strich von gx mal g strich von x. Regel 4. Die Produktregel. Sind u von r nach r und v von r nach r differenzierbare Funktionen, so gilt in klammer u mal v strich ist gleich u strich mal v plus u mal v strich. Die Hauptschwierigkeit bei der Anwendung dieser Regeln besteht darin, die entsprechenden Teilfunktionen u, v, f, g etc. zu erkennen. Deshalb betrachten wir als nächstes ein paar Beispiele. Sei n eine natürliche Zahl und fn von r nach r die Funktion, welche durch fn von x gleich x hoch n gegeben ist. Also ein Monom von Grad n, siehe Video Funktionen 2. Wir wollen nun die Ableitung von fn bestimmen. Das erscheint zunächst schwierig, da nicht gesagt ist, um welche natürliche Zahl es sich bei n handelt. Wir wissen aber bereits, dass aus f1 von x gleich x folgt f1' von x gleich 1 gleich 1 mal x hoch 0 ist gleich 1 mal f0 von x. Beziehungsweise f2 von x gleich x² folgt f2' von x gleich 2x ist gleich 2 mal f1 von x. Was ist mit f3? Zunächst bemerken wir f3 von x ist gleich x der dritten ist gleich x mal x² ist gleich x mal f2 von x ist gleich f1 von x mal f2 von x. Aber was nützt uns das? Jetzt können wir die Produktregel anwenden. Dazu definieren wir die Funktion u von x ist gleich f1 von x ist gleich x und v von x ist gleich f2 von x ist gleich x². Dann gilt f3 von x ist gleich u von x mal v von x. Und mit der Produktregel folgt f3' von x ist gleich in Klammer u von x mal v von x Strich ist gleich u' von x mal v von x plus u von x mal v Strich von x. Ergibt eingesetzt f1' von x mal f2 von x plus f1 von x mal f2' von x ist gleich 1 mal x² plus x mal 2x ist gleich x² plus 2x² ist gleich 3x² ist gleich 3 mal f2 von x. Was ist aber nun mit f4? f4 von x ist gleich x der vierten und das können wir wieder auftrennen in x mal x der dritten ist gleich x mal f3 von x ist gleich f1 von x mal f3 von x. Definieren wir u von x gleich f1 von x und v von x ist gleich f3 von x, so folgt f4 von x ist gleich u von x mal v von x. Wir können nun wieder die Produktregel anwenden f4 Strich von x ist gleich in Klammer u von x mal v von x Strich ist gleich u' von x mal v von x plus u von x mal v Strich von x ist gleich f1 Strich von x mal f3 von x plus f1 von x mal f3 Strich von x. eingesetzt und gekürzt ergibt dies 4x der dritten ist gleich 4 mal f3 von x. Diese Form setzt sich natürlich jetzt auch für f5, f6 und so weiter fort. Wir haben also bisher f1 Strich ist gleich 1 mal f0 bzw. x Strich ist gleich 1, f2 Strich ist gleich 2 mal f1 bzw. in Klammer x Quadrat Strich gleich 2x, f3 Strich ist gleich 3 mal f2 und so weiter. Eine naheliegende Vermutung ist also, dass fn Strich gleich n mal fn-1 bzw. in Klammer x hoch n Strich ist gleich n mal x hoch n-1. Aber stimmt das nun wirklich? Um diese Frage zu beantworten, machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Angenommen wir wüssten bereits für ein gewisses n, dass in Klammer x hoch n Strich ist gleich n mal x hoch n-1 bzw. fn Strich ist gleich n mal fn-1 gilt. Was ist dann die Ableitung von fn plus 1? Zunächst bemerken wir fn plus 1 von x ist gleich x hoch n plus 1 ist gleich x mal x hoch n, da wir das plus 1 von oben runterziehen können, ist gleich f1 von x mal fn von x ist gleich u von x mal v von x. Wir können nun wieder die Produktregel anwenden mit u von x gleich f1 von x und v von x ist gleich fn von x. fn plus 1 Strich von x ist gleich in Klammer u von x mal v von x Strich ergibt wieder wie früher u Strich von x mal v von x plus u von x mal v Strich von x. Das heißt wir erhalten eingesetzt und gekürzt bzw. herausgehoben n plus 1 in Klammer mal x hoch n ist gleich n plus 1 mal fn von x. Wir halten also fest, gilt unsere Vermutung für eine Zahl n, so gilt sie auch für die Zahl n plus 1. Und was nützt uns das? Nun, wir wissen bereits, dass unsere Vermutung für 1, 2, 3, 4 und 5 gilt. Aber wenn sie für 5 gilt, dann gilt sie, wie wir eben gezeigt haben, auch für die nächstgrößere Zahl, also 6. Aber da unsere Vermutung für 6 gilt, gilt sie natürlich auch für 7. Und da sie für 7 gilt, gilt sie auch für 8 und so weiter. Auf diese Weise wissen wir, dass unsere Vermutung für jede natürliche Zahl n gilt. Die hier verwendete Methode heißt Beweis durch vollständige Induktion und ist eine der wichtigsten Beweismethoden der Mathematik. Anschaulich kann man die vollständige Induktion mit einer unendlich langen Reihe von Dominosteinen vergleichen. Zuerst werden die Dominosteine so aufgestellt, dass das Umfallen eines Steines stets das Umfallen des nächsten Steines bewirkt. Für jede natürliche Zahl n gilt dann, fällt Stein Nummer n um, so fällt auch Stein Nummer n plus 1 um. Dies entspricht unserer Überlegung von vorhin. Gilt unsere Vermutung für eine Zahl n, so gilt sie auch für n plus 1. Anschließend müssen wir den ersten Stein umstoßen, bzw. die Aussage für n gleich 1 beweisen. Dies führt zu folgender Kettenreaktion. Stein 1 fällt, das heißt die Vermutung gilt für n gleich 1. Stein 2 fällt, Vermutung gilt für n gleich 2. Stein 3 fällt, Vermutung gilt für n gleich 3 und so weiter. Wer mehr zum Thema vollständige Induktion wissen möchte, findet weitere Quellenangaben im Kursmaterial.